Digga, ich raste gleich so aus wegen dem Q5 da vor mir, weil er fährt halt 180 und denkt, die Welt ist einfach nur unfassbar schnell jetzt für ihn. Aber er könnte da längst dreimal rübergefahren sein, macht er aber nicht, weil er sich denkt, er fährt schon 180. Oh, Aufreger-Video coming in hot. 220, 230, 240, alter dieses Hämmern, 250, wie der da hinten rausschreit und vorne das Ansauggeräusch, dieses AMG, das ist doch richtig von ganz unten so. So Leute, ich bin gerade unterwegs nach Leipzig und ich dachte mir so, ja, jetzt fährst du erstmal ein bisschen und dann guckst du mal so und dann bin ich auf die Autobahn gefahren und hab das erste Mal Gas gegeben und dachte mir, bohohohohoho, nee, wir müssen jetzt direkt drehen. Aston Martin Vantage F1 Edition, sozusagen Vettels Dienstwagen, bis jetzt im Moment, ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er so einen hat, aber ich gehe mal ganz schwer davon aus, was er ihn hat. AMG Motor drin, 535 PS, 685 Nm Drehmoment, 3,6 Sekunden von 0 auf 100 und Spitze soll der laufen, 314. Riesen Frittentick hinten drauf und vorne auch einen schönen Splitter, das Auto sieht ultra sexy aus von außen, ich werde jetzt irgendwann gleich mal rausfahren und euch ein paar schöne Bilder machen, vielleicht mache ich das aber auch erst morgen, habe dann einen anderen Pulli oder ein anderes Hemd oder ein anderes T-Shirt oder ein anderes, keine Ahnung was, vielleicht bin ich auch nackt, ja, lieber nicht. Und jetzt wird erstmal geballert, ja, ist das okay für alle Beteiligten? Habt ihr darauf Bock? Wir haben nämlich jetzt gleich unbegrenzt hier, wir haben noch sehr, sehr schönes Licht, muss ich sagen. Die Autobahn wird sehr frei sein, denke ich mal, weil es ist schon so nach Feierabendverkehr und deswegen freuen wir uns einfach. Da vorne ist das 120er Schild und dann circa weitere 600 Meter später ist dann die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. Jetzt ist die große Frage, wie machen wir das? Laden wir jetzt erst direkt einmal so durch, wie das Auto das macht, also auf D und hier ist auf Track, sieht man nicht, aber es ist auf Track. Oder wollen wir einmal genießen, wie die Gänge so nicht durchgerissen werden? Oh, hinten kommt Krankenwagen, da müssen wir die Straße freimachen, ne? 270, Freunde! Ui, da war ne kleine Bodenwelle, das spürt man aber, habt ihr gesehen, glaub ich, ne? Boah, das ist jetzt 288, jetzt muss ich dann nochmal auf die Bremse treten. Boah, Bremse ist krass. Bei 150 voll ins ABS reingelatscht, Auto bleibt ultra stabil. Ist auch nicht normal, wenn du bei so hohen Geschwindigkeiten, reicht ja der kleinste Unterschied. So ein bisschen eine leichte Staubschicht, weil du ein bisschen mit deiner Wand links drüben fährst, als alle anderen, die vorher gefahren sind. Und dann hast du schon quasi Mühlsplit, also quasi unterschiedliche Reibwerte und schon wird es gefährlich beim Bremsen. Nicht so bei diesem Fahrzeug. Also 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240. Alter, dieses Hämmern! 250, dieses Hämmern von diesem Motor, das ist schon wirklich absolut grandios. Wie der da hinten rausschreit und vorne das Ansauggeräusch, dieses AMG, das. Das ist so richtig von ganz unten so. Ich kann sogar, so tief kann ich gar nicht. Er ist so ganz tief, hohl, kehlig, also ganz, wie so ein ganz, ganz, ganz tiefer, zufriedener, langgezogener, tiefbassiger Rülpser. Ja, so hört er sich an. Mega gut. Gut, jetzt haben wir leider schon wieder die Begrenzung. Ich hätte euch gerne noch ein bisschen mehr entführt. Ich sag mal so, 2,90 am Abend vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, und jetzt, das ist das Krasse, ne? Überholen wir alle. Was ist los? Gelten für euch die Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht? Diverse Menschen, die heute den Tag mit mir verbracht haben, haben schon festgestellt, dass ich heute im Allmann-Modus unterwegs bin. Im Kritisier-Modus. Es sind so diverse Sachen passiert. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und auf der Wiese saß ein Hund mit gekrümmtem Rücken. Alle Tierliebhaber wissen, was der da gemacht hat. Der hat da nämlich hingekackt. Und dann hab ich so von meinem Fahrrad, weil ich gesehen hab, dass der Typ, weißt du, normalerweise Hundebesitzer, die das ernst nehmen, das Thema, die haben dann schon die Tüte in der Hand, während das Geschäft verrichtet wird. Und der stand da so mit seinem Handy am Daddeln und hat in der linken Hand nichts gehabt, außer die Leine. Und ich hab nur rübergeschrien, hör mal, aber mach's denn nachher schön weg, das Wäufchen, ne? Kann man machen, muss man aber nicht. Weiß ich selber, dass man das nicht muss. Aber ich hab manchmal so Tage, da muss ich so, da bin ich so ein Bestimmer und so ein Nervklaus und sag allen, was sie zu tun und zu lassen haben. Falls derjenige zuhört, tut mir leid, war nicht so gemeint. Also, das mit dem Häufchen wegmachen ist schon, aber ja, doch, es war doch so gemeint. Vielleicht wird das gar kein Video über den ersten Martin Vantage F1 Edition. Vielleicht wird das einfach nur ein hartes Auffreger-Video über Leute auf der Autobahn. Das könnte auch mal ganz interessant sein, wollte ich schon immer mal machen. Also jetzt geht's erstmal um die Hundehäufchen. Ich feiere das krass ab, wenn Menschen das wirklich machen und wirklich jedes Häufchen mit nach Hause nehmen und das da entsorgen. Ganz genau so würde ich es auch machen. Man geht ja selber auch nicht in den Wald und, ne? Und wenn doch, dann macht man vorher ein Loch und buddelt das dann wieder zu. Wenn es sein muss, ganz dringend, ja? Ich trete da halt beim Joggen immer schön rein, ne? Und jeder, der das schon mal gehabt hat, dem, der das schon mal passiert ist, der weiß, wie krass schwer das ist, Hundekot von seinen Sachen wieder wegzukriegen. Also egal, um was es da geht, ne? Schuhe, Hose, was weiß ich was. Es ist halt, das klebt ja dann plötzlich überall. Kannst es ja auch nicht anfassen, kannst es nicht mit Blättern wegmachen oder mit Rasen, weil dann, ja, ja. Es geht da wirklich, also bitte nehmt das mit nach Hause. Interessante Inhalte hier auf meinem Auto-YouTube-Kanal, stelle ich gerade fest. Also, das hier ist die verschärfte Version, hat 25 PS mehr, der Heckwügel hinten bietet 200 Kilo mehr Abtrieb, also insgesamt soll das Auto 200 Kilo mehr Abtrieb bieten als das normale, nicht F1 Edition. Das Auto zieht die Blicke auf sich, das ist unfassbar. Jeder, jeder guckt hier rein. Eigentlich muss ich die Kamera zur Seite drehen. Der guckt natürlich jetzt nicht. Der Mann mit dem Volvo guckt der? Ne, guckt auch nicht. Ich hab wirklich bis jetzt, bis ich die Kamera gedreht hab, hat jeder geguckt. Auch nicht. Komm jetzt. Ah, das war ne Dame, die hat auch nicht geguckt. Der hat auch nicht geguckt. Ne, ja, das kann ja wohl nicht sein, ey. Wirklich absolut jeder, der bis ich die Kamera dahingestellt hab, auch nicht. Jeder hat geguckt. Jeder. Warum guckt denn jetzt keiner mehr? Ich sag es euch jetzt ganz ehrlich. Ich finde, am heutigen Tag, so wie ich hier heute drin sitze, mit den Gefühlen, die ich so in den letzten paar Tagen hatte, fühlt sich das Auto nicht besonders kräftig an. Ihr sagt ja immer, Matthias, du findest ja immer alle Autos super toll und so, ne? Und das ist auch so, weil ich Autos einfach liebe. Hab ich jetzt auch nicht geguckt. Hab ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Es ist einfach so, ich liebe Autos. Yes, jetzt hat endlich mal einer geguckt hier, der Kollege im GTI. Hat so gemacht. Ne, warte mal so. So. So richtig, richtig Anerkennung hoch drei. Ich hoffe, ihr habt's gesehen. Ähm, in der Kamera da, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, der hat geguckt und das passiert wirklich alle Nas lang. Auch wenn das jetzt gerade nicht so richtig exemplarisch war. Er war mit seinem Handy beschäftigt. Finger weg vom Handy, Leute. Ich wollte mich heute ein bisschen aufregen, ne? Finger weg vom Handy. Jo, die hat geguckt in dem G20. Alles klar. Hier auch die beiden im Fokus. Ich hoffe, ihr habt's auch gesehen. Stabil. Und jetzt ist langsam wieder eine repräsentative Umfrage mit Belegen hier. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte mich aufregen. Handy weg am Steuer, Leute. Hände weg vom Handy am Steuer. Das ist einfach so ultragefährlich. Ich sehe das immer, wie die dann pendeln sind in der Spur, ne? Und dann zuckt sie es am Lenkrad, weil sie merkt, oh Mist, jetzt war ich ja fast schon drüben. Und dann die Besten, die so machen mit dem Handy. Ja, wo ich mir denke, Alter, jetzt kann auch noch jeder sehen. Also, wenn da die Polizei vorbeifährt mit einer Zivistreife oder die sind so beschäftigt mit ihren Handys, da merken sie nicht mal, wenn von hinten einer mit Blaulicht kommt. Alter Schwede. Also, das ist schon krass. Deswegen, bitte, 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 bitte. Ist meine eindringliche Bitte, nehmt die Hände weg vom Handy. So, Abendsonne, Autobahnromantik. Jetzt wollen wir uns das Auto mal von außen angucken. Ihr seht das, ne? Der ist matt und sieht einfach nur ultrascharf aus. Guck mal hier, so einen grauen Balken dahin gemacht. Dieses Aston Martin Grün ist schon wirklich sehr, sehr sexy. Da ist man nur so die Farbe. 21 Zoll, harter. Oh, dieses Auto sieht so super sexy aus. This is kind of what the me likes. Also, das ist schon ein Blick. Junge, Junge, Junge. Auch die Flanke hier. Guck mal, diese Ausbeulungen, die der da hat, das ist einfach nur super sexy. Der Heckflügel, muss ich ganz ehrlich gestehen, passt gut zu dem Auto. Allerdings wirkt er so ein bisschen, wenn du so ein bisschen weiter weg gehst, wirkt er so ein bisschen aufgesetzt, was er natürlich auch ist. Aber ich finde, er passt zu 100% zu diesem Auto. Und jetzt siehst du auch diese ganzen Ecken und Kanten, die der hat hier oben. Das da, super sexy. Dann hat er hier diese lange Kante, die von diesem Luftauslass da hinten kommt. Da so, wum. Dann kommt da diese lange Kante und hier diese Finne noch so Haifisch mäßig. Ultra sexy. Ja, sieht schon gut aus, ne? Sieht richtig, richtig gut aus. Dann machen wir gleich weiter. Hab ich auch, das war auch heute eine Situation, wo derjenige, der mich heute über den Tag hin begleitet hat, sagt halt, Junge, was ist denn mit dir los? Bin ich mit diesem Auto gefahren, fahr hinter so einem Typen her mit einem X3. Schön am Piefen, ne? Immer schön am Rausaschen. Ich hatte das Fenster unten und mir fliegt die Asche gefühlt in mein Auto. Wahrscheinlich ist sie nicht in mein Auto reingeflogen. Aber ich hab halt gedacht, warum? Wenn du rauchen willst am Steuer, dann ascht doch dein Auto voll, aber doch nicht die Umwelt. Dann schmeißt du das nachher weg, den Aschenbecher, und dann ist alles wieder cool. Aber warum denn in die Umwelt? Warum soll das denn zu mir reinfliegen? Noch schlimmer ist, er hat offensichtlich nicht fertig geraucht, nachdem ich dann hinter ihm abgebogen war. Also er fuhr weiter, rauchend weiter. Also nicht qualmend, so wie ich das immer mache, sondern rauchend. Er fuhr weiter und hatte die Kippe noch nicht fertig geraucht. Und ich dachte, jetzt wirft er sie wahrscheinlich auch noch raus. Und dann können nämlich sehr, sehr lustige Sachen passieren. Wenn dir so ein Ding nämlich reinfliegt und irgendwo angesaugt wird, und dann fängt das irgendwie Feuer. Der Niki hatte mal so einen Fall. Müsst ihr den mal fragen. Fragt den mal bitte auf Instagram. Dem hat mal jemand wirklich eine Kippe reingeworfen. Ich glaube, Luftfilter hat angefangen zu brennen. Könnt ihr euch vorstellen, was da los ist, was da für ein Luftzug ist. Und die hat auch geguckt. Toyota Auris. Props gehen raus. Und dann hat die ganze Kache Feuer gefangen. Weil jemand seine Zigarette aus dem fahrenden Fahrzeug rausgeworfen hat. Dreimal aufgetitscht. Rein. Fertig. Aus ist die Laube. Die Kache hat gebrannt. Also Nickis Auto hat gebrannt. Fragt ihn das bitte mal auf Instagram. Deswegen rauchen, Leute, geht sowieso nicht. Mindert euren Fahrzeugwert extrem. Mindert euren Gesundheitszustand extrem. Und mindert auch noch die Qualität des hinter euch herfahrenden Fahrzeugs wahrscheinlich auch noch hart. Weil es einfach heftig ist. Also bitte, das möchte ich auch nicht mehr. Und es könnte sein, dass es jetzt noch weiter geht mit irgendjemandem. Und dann, ah, da sehe ich es gerade wieder. Wie soll das gehen, dass ihr so lenkt? Mit ausgestreckten Armen hast du keine Kraft. Aber sehr gerne. Zusammenhalt, gegenseitige Rücksichtnahme, gegenseitiger Respekt. Das ist im Straßenverkehr angesagt. Auch wenn man 535 PS unter dem Internat. Also, so kann man auch noch nicht sitzen. Weil wenn ich dann hier oben bin, so, dann ist auch schon fast gestreckt der Arm. Da kann ich nicht mehr, ich kann so nicht lenken. Ihr müsst mal den Nicky angucken. Oder auch wir, wenn wir schneller Runde fahren, sitzen wir fast so. Da hast du hier mehr als den rechten Winkel. Und dann kannst du erstens Kraft ausüben und zweitens Schnelligkeit. Und das ist dann gefragt, wenn irgendwas passiert. Wenn du ausweichen musst, brauchst du Kraft und Schnelligkeit. Wir ziehen jetzt einmal durch, weil jetzt ist hier unbegrenzt. Aber jetzt kommt erst mal aus der 60er Zone. Ich fahre 70 und der fährt schon 120. Aber ich denke mal, den haben wir jetzt wieder eingeholt. 190. Fünfter Gang geht rein. 220. 230. Also, ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich finde heute an dem Tag, so wie ich es eben gesagt habe, fühlt sich das Auto für mich nicht so kräftig an. Es gibt einen ganz, ganz klaren und typischen Grund. Ich bin davor eine Woche lang Aston Martin DBS gefahren, der, wie wir alle wissen, 770 PS hat. V12 Turbo aufgeladen. Alter, da geht nichts drüber. Dagegen fühlt er sich hier an wie eine Luftpumpe. Also, gefühlt. Das Problem ist, ich bin zwischendurch, fahre ich normalerweise immer Autos zwischen den Drehs, damit ich so ein bisschen runterkomme, so mein Null-Level. Fahre ich normalerweise, Digga, ich raste gleich so aus wegen dem Q5 da vor mir. Weil er fährt halt 180 und denkt, die Welt ist einfach nur unfassbar schnell jetzt für ihn. Aber er könnte da längst dreimal rübergefahren sein. Macht er aber nicht. Weil er sich denkt, er fährt schon 180. Oh, Aufreger-Video coming in hot. Ersten Martin DBS, V12, Biturbo. Das Ding schiebt unnormal krank an. Und dagegen fühlt der hier sich einfach ein bisschen schlappi an. So ein bisschen wie müde, so ein bisschen wie gerade aufgestanden. Und du denkst so, warte mal, habe ich hier alles auf Sport? Habe ich das Gasbitter noch ganz durchgetreten, ganz sicher? Guck mal, der fährt immer noch nicht rechts rüber, ne? Aber läuft die Kamera nach vorne, ja. Sehr gut. Also wir haben den Kollegen aus Braunschweig da drauf. Ihr habt gesehen, wie lange ich jetzt auf der Mittelspur gefahren bin und er nicht. Das Schöne ist, hinter mir, die machen genau dasselbe. Die bleiben auch einfach links. Ich understande das nicht. Guck mal jetzt. Mein Ding, der geht noch mal rüber irgendwie. Ich will jetzt auch nicht zu aggressiv sein, weil so fährt man halt auch nicht Auto, ne? Hier ist das F1-Logo. Guck mal. Schön hinter Carbon. Also das hier, komplett Carbon. Was sagt ihr, Leute? Kann man das machen, das Fahrzeug? Ja, kann man. Dann haben wir hier vorne den Frontsplitter. Sieht man den? Nein, sieht man nicht. Hallo? Doch, jetzt sieht man ihn. Da, da ist er. Jo. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Ich würde sagen, den kann man so machen. Das ist James Bond. Das ist Sport. Das ist Malmedie. Guck mal hier, dieses Schattenspiel vom Sonnenuntergang auf dem Fahrzeug. Sehr gut. Es ist halt auch, ne? Der muss mich gar nicht vorbeilassen. Aber er hat die Pflicht, auf die Mittelspur zu fahren. Oder wenn die frei ist, sogar auf die rechte. Es gilt das Rechtsfahrgebot. Ja, ich bin ein Allmann. Aber es ist halt krass, wenn du in so einem Auto sitzt. Oder auch in einem, keine Ahnung, in einem, weiß ich nicht, in einem dicken 5er Touring oder sowas. Jetzt fährt er plötzlich rüber? Warum? Na, er muss da raus. Er muss raus. Deswegen fährt er rüber. Er wäre sonst nicht rübergefahren. Deswegen hat er auch hier so eine mittelschwere Vollbremsung hingelegt. Jo, was ist los? Das ist so krass. Ich schwöre es euch, der wäre nicht rübergefahren. Und das ist halt wirklich krass, ne? Der hat die Pflicht, rüberzufahren. Der hat nicht die Pflicht, mich vorbeizulassen. Aber er hat die Pflicht, rüberzufahren. Rechtsfahrgebot. Und das ist krass. Also egal, ob du jetzt mit so einem Megasportwagen hier durch die Gegend fährst, der gefühlt nicht richtig geht, weil er mal immer die zu viel V12 gefahren ist. Oder ob du mit dem Auto unterwegs bist, was einfach schnell ist, oder du willst einfach schneller fahren. Ui, das ist aber schön jetzt hier. Alles schön frei. Es gilt einfach, Leute, ihr müsst rechts rüberfahren. Das hier sieht perfekt aus. Aber so oberhalb von 280 tut der sich schon ein bisschen schwer hier, ne? Der F1. Also 250 geht schnell, aber alles darüber hinaus, da fällt sich ein bisschen schwer. Ja, wahrscheinlich bremst der Flügel da schon ordentlich ein, ne? Das ist ja logisch. Aerodynamik, wenn du die haben willst, wenn du auf der Strecke oder auf der Landstraße Performance haben möchtest, dann machst du da hinten einen Flügel drauf, vorne einen schönen Splitter, drückt das Auto runter, schöner glatter Unterboden und so weiter und so fort, ne? Aber für den Highspeed ist es eben nicht gut. Wir gucken jetzt gleich mal, wie schnell der wirklich geht. Und bin sehr gespannt. Und dann können wir uns das auch mal angucken, tatsächlich. Wir lassen dann einmal den Tacho komplett stehen von, weiß ich nicht, 100 bis 200. Ich weiß noch nicht, wie es schneller geht. Und dann gucken wir uns mal an, dass ihr das auch mal spürt, wie das ist, mitzufahren und wie der sich anders verhält. Obenrum. So, also, Rucksack ist verstaut. Brot haben wir auf dem Beifahrersitz. Jetzt ist hier alles aufgeräumt. Das ist schon sehr dunkel. Ne, jetzt geht's. Genau, jetzt seht ihr das Fach. Das habe ich jetzt schon leergeräumt. Hier ist der Koffer. Schönes Abteil. Also. So, los geht's. Jetzt gucken wir noch einmal innen rein. Beziehungsweise machen wir erstmal Motor an. Ne, wir gucken einmal hier innen rein. Switch of Lights. Okay. Also, hier ist die Kommandantzentrale. Navi. Hier wird gestartet. D, neutral, rückwärts. P. F1-Logo. Oh, guck mal. Da ist ja noch eine Folie drauf, oder? Ist da noch eine Schutzfolie drauf? Ne. Ne, ist doch keine Schutzfolie drauf. Ich dachte. Genau, dann haben wir hier von Mercedes das ganze Ding. Vantage. So sieht der Tacho aus. Wollen wir mal anmachen? Ne, ne? Ne, wir gucken erstmal. Ne, wir gucken erstmal. Oder? So, hier ist die S-Taste. Da gehen wir... Ah, wird er schon laut. Warte mal. Wird lauter direkt. Also S, S plus, viel kerniger. Na ja, so, wie machen wir das jetzt? Ich lege euch hier einmal hin und dann könnt ihr euch einmal den Sound anhören, ja? Bum, 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 bum. Jetzt ist hier 100, da müssen wir aber nicht 90 fahren, ne Leute? Das ist auch was, nächster Punkt, wo ich mich drüber aufheben könnte. Alle wissen, da kommt ein Blitzer, schön auf der A3 hier, an dem Bergabstück, ne. Und dann fahren die alle 90. Warum? Das ist doch unglaublich, warum fahrt die denn 90? Er blitzt erst bei 100. Und wenn dein Tacho 100 zeigt, dann kannst du meinetwegen noch 105 fahren. Dann fährst du immer noch 101. Nee, heute habe ich wirklich einen schlimmen, klugscheißer Tag. Das ist wirklich krass. Wie gefällt er euch? Schreibt es rein in die Kommentare. Ultraschickes Auto. Sensationeller Flügel. Yo. Dann das hier, ne? Ich fände das alleine. Yes. Diese wunderschöne Abendstimmung hier auf der Autobahn, die wollte ich einmal mit euch teilen. Und jetzt werden Kilometer gemacht. Guck mal hier. Sonnenuntergang. Einfach schön. Und dann dieses Gefühl, und das ist, das flasht mich immer wieder, auch wenn ich das sehr, sehr oft habe. Aber mit so einem Auto dann nachts fahren zu dürfen, das ist für mich Freiheit. Das ist für mich auch das Schöne an diesem Job. Einfach mit so einem Ofen schnell fahren zu dürfen. die halbe Nacht lang. 530 Kilometer habe ich vor mir. Ah, Gott, da bleibt mir ein kleiner Tank. Naja, aber jetzt mal ganz im Ernst. So ein Fahrzeug, der braucht das Gute. Kannst du nicht irgendwas reinschütten, aber... ... Das geht fast. nicht. Alter! Das gibt es nicht. Das ist ja krass. Das ist wirklich, der Scheibenwischer ist aus und der geht dann bei 293 plötzlich an. Jedes Mal klappt der Scheibenwischer dann nach oben. Man kann mit dem Auto nicht schneller als 290 fahren, weil dann der Scheibenwischer aufgeht und dann geht er über die Scheiben hinweg. Das gibt es doch gar nicht. Und mit dieser furchtbaren Enttäuschung müssen wir dieses Video leider beenden, denn wir können nicht 314 fahren. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Das ist wirklich, der Scheibenwischer ist aus und der geht dann plötzlich an. Egal. Also zusammengefasst nochmal. Aston Martin Vantage F1 Edition. Sollte man nur bei Trockenheit fahren und nicht über 293, glaube ich. Ist ansonsten ein super geniales Auto. Es macht ultra viel Spaß auf der Autobahn. Reisen damit ist einfach ultra schön. Ganz entspannte Nummer. Und ja, man sollte halt nicht über 290 fahren, weil sonst geht der Scheibenwischer an und dann piepst es. Und dann quietscht es. Und es pfeift. Das ist unglaublich. Ein Kritikpunkt ist tatsächlich das Licht. Also auf der rechten Seite sind ungefähr 70, 80 Meter beleuchtet. Aber hier links, was auf der Autobahn ja auch wichtig ist, sind nur 50 Meter. 40, 50 Meter beleuchtet. Und man muss eigentlich, wenn man schneller fahren möchte, das Fernlicht anmachen, was aber nicht geht. Und dann blendest du die anderen Leute. Also das ist so ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Habe ich mit anderen Autos anders erlebt. Also das Licht leuchtet für mich nicht weit genug. Das ist Fakt. Und wenn du jetzt das Fernlicht anmachst, dann ist alles hell. Ist mega. Alles gut, ne? Aber du kannst auf der Autobahn ja nicht permanent mit Fernlicht fahren. Deswegen, kleiner Kritikpunkt. Licht bei Nacht könnte man noch ein bisschen verbessern, dass es einfach weiter leuchtet. Ansonsten ist das eine Bude, die sehr, sehr viel Spaß macht. 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, 2,100. 2,30. Wir gehen langsam rüber auf die Mittelspur. 2,50, dann nehmen wir die linke Spur. 2,70. 2,80. Und jetzt wird der halt so langsam zäh. Jetzt haben wir 2,80 drauf. 2,85. Und jetzt kommt gleich der Scheibenwischer. Pass auf. 2,92. Und jetzt bleibt der. 2,90, 300. Yes. Und es pfeift. Die Scheibenwischer sind so rausgeklappt. Jetzt mal ein Scheibenwischer an und jetzt geht er wieder runter. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Also Leute, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer James Bond. Bond. James Bond. Bond. James Bond.